Also, ein Lied, das ist eine Art Vorspeise an einem schönen Sommertag. Ein Lied, das ist ein Lied, das ist ein Lied. Ein schöner Tag, einer der Tage, was ich dich frag, ist keine Frage. Du geh mal hier, das wird ein Hit, Hit, Hit. Du geh mal hier bei der Hits, Hits, Hits. Du geh mal hier, was für ein Glick, Glick, Glick. Du geh mal hier für ein Dring und Go, Go. Ja, ich hab auch schon so viele schöne Sachen vorbereitet. Du musst dir denken, ich war extra schon beim, sag ich mal, Spar und hab schon Sachen einkauft. Sachen in so kleine Behälter. Beeren, Bananen, Salat, Dressing. Es ist quasi alles vorbereitet für einen gemütlichen Hochmittag. Und wie schaut's aus? Geh mal heute Picknick. Grandberries hab ich auch. Na? Ja, ich hab ich auch. Dann haben wir uns achtet. Als ich kong, da schallt auch, ich schaue. Lüme die, nur du mir, Oh, daddy, darling, I am not Again, I had to picnic Again, I had to picnic, huh? Can I have to picnic? Can I have to picnic, huh? How about pink? I don't want a picnic I don't want a picnic, no I don't want a picnic I don't want a picnic, no I don't want a picnic I don't want a picnic I don't want a picnic